Ich freue mich wahnsinnig hier zu sein, weil es unglaublich spannend ist und wenn man sehr viele Leute trifft aus dem ganzen Netzwerk auch. Wir haben hier diese kleine Fetch-Plattform, das ist ein Roboter, der autonom fährt, also der kann autonom von A nach B fahren, dabei Leuten ausweichen, wenden ausweichen, plant eben selbst und wenn was im Weg ist, dann bleibt er entsprechend stehen oder fährt drum herum, ohne irgendjemanden anzurempeln. Ansonsten bin ich natürlich gerne hier, um zu networken, um Trendthemen wie Blockchain ein bisschen was im Hintergrund zu erfahren und mich zu vernetzen. Die Veranstaltung finde ich super informativ und ich finde es auch wirklich toll, dass man hier einfach mal herkommen kann und die ganzen Leute trifft und das Networking hier betreiben kann und diese ganzen Innovationen eigentlich mal so hautnah miterleben kann. Ich habe mich angemeldet für das Forum über künstliche Intelligenz, weil ich mich mit diesem Thema tatsächlich auch schon wissenschaftlich beschäftigt habe. Ich habe mal in meiner alten Funktion als Theologe auch einen wissenschaftlichen Aufsatz zum Thema künstliche Intelligenz und Ethik publiziert. Insofern bin ich sehr gespannt, was jetzt da gleich geboten wird. ein groupes Allebreträgenden Beide Rekordrägenden Aber in Summe, glaube ich, geht wirklich jeder nach Hause und nimmt zum einen einen tollen Gesamteindruck mit und ich glaube, es war für jeden was dabei. Deshalb kann ich nur sagen, weiter so, ganz toller Tag und da freuen wir uns schon hoffentlich alle auch auf 2019. Bis zum nächsten Mal.